Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen in der heutigen Folge über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei NWB. Und was ihr genau von der heutigen Folge erfahren könnt, das erzählt euch gleich die Franzi. Denn auch in dieser Folge sind wir wieder zu dritt unterwegs. Das heißt meine Kollegin Franziska Bojong und mein Kollege von Hüskense mit am Start. Hallo ihr beiden. Hallo Marco. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. So nun aber dann direkt zum Thema. Denn bevor wir auf unseren Gast zu sprechen kommen, starten wir wie angekündigt bei dir in München. Franzi, bring uns einmal ins Thema bitte. Worum geht es denn heute jetzt genau? Genau, ja wir hatten ja im letzten Jahr schon mal eine Folge zum Thema KI. Dort haben wir erstmal die Grundlagen geklärt, haben auch Anwendungsmöglichkeiten für Steuerberater aufgezeigt und auch schon über Grenzen und auch rechtliche Hürden gesprochen. Heute soll es mal um den konkreten Einsatz im unternehmerischen Kontext gehen und zwar bei NWB. Wann hat denn jetzt NWB überhaupt so damit begonnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Welche Rolle spielt KI jetzt gerade und wo soll die Reise noch hingehen? Unser heutiger Gast, Alexander Potthoff, ist Jurist und Rechtsanwalt und seit 2017 für NWB tätig. Ja, Alex, schön, dass du da bist. Hi. Hi, hallo zusammen. Magst du dich unseren Zuhörern einmal vorstellen? Was machst du denn genau bei NWB? Ja, mache ich gerne. Also du hast schon gesagt, Alex, mein Name. Ich leite und steuere Themen rund um unsere NWB-Plattform, insbesondere die Entwicklung unserer Kundenplattform, das Thema gerade jetzt auch KI in Kundenplattformen. Du hast gesagt, von Hause aus bin ich Jurist und Rechtsanwalt. Ich bin quasi in technischen und strategischen Fragen nicht ganz unaffin, arbeite quasi ständig bei uns interdisziplinär und das macht mir Spaß. Und jetzt bin ich hier und das macht mir ebenfalls Spaß. Sehr gut, freuen wir uns. Okay, wie Franzi vorhin gesagt hat, wir hatten schon mal eine Folge zum Thema KI. Deswegen mit der Bitte, um vielleicht eine etwas kürzere Antwort, was versteht man unter dem Begriff künstliche Intelligenz überhaupt? Ja, kürzere Antwort und ich frage nach dem Begriff künstliche Intelligenz. Ich sage mal, ich würde es erstmal auf einer ganz abstrakten Ebene irgendwie verstehen. Das heißt, dass man sagt, dass das Resultat wesentlich darum geht, dass eine Maschine irgendwie menschenähnlich agiert. Also wenn man so vom Ergebnis jetzt her einfach erstmal denkt und dann wird es wirklich komplex. Ich glaube auch, dass mehr als der Begriff quasi, der abstrakte Begriff jetzt von der KI, es darum geht zu verstehen, was gibt es für verschiedene Bereiche von KI und eben dann zu schauen für sich, ja, was für konkrete Use Cases habe ich, wo habe ich einen Mehrwert und wo setze ich das Ganze dann auch ein und das vertiefen wir heute her, denke ich. Ja, inwieweit spielt KI eine Rolle für NWB? Also für NWB, vor allem im Großen jetzt gedacht, spielt es jetzt auch nochmal eine wesentliche Rolle, nochmal vielleicht eine wesentlichere Rolle. Wenn man jetzt mal um die ganzen KI-Entwicklungen der letzten Zeit ausgeht, also rund um generative KI, Large Language Models, ShedGBT, dann betreffen diese Entwicklung natürlich erstmal NWB eigentlich wie jedes andere Unternehmen auch. Das heißt, der spricht der Einsatz einfach von KI in der Organisation, im Prozess, im Vertrieb, im Marketing, also wenn einfach, wenn man unmittelbar ShedGBT nutzt für Stellenbeschreibungen beispielsweise, für Marketingtexte, sowas. Das ist Thema bei NWB und ich glaube, da ist auch unmittelbar einfach mit ShedGBT dann direkt ein Mehrwert verbunden Effizienzgewinn. Was für uns natürlich super zentral ist, ich meine, wir sind ein Verlag, das ganze Thema setzt dann an Text an, ist der Einsatz im Content-Bereich und vor allem in unseren Kundenplattformen und da ist es einfach so, dass es da quasi, also NWB, wir sind da sehr progressiv unterwegs, wir gucken halt auch genau im Content-Bereich beispielsweise, geht es darum natürlich, es geht um verlässliche Fachinformationen und das ist das, was wir natürlich, also die Urheberschaft unserer Autor, unserer Autorin, das ist das, was wir im Vordergrund stellen und wo wir uns jetzt ganz klar darauf konzentrieren, ist das Thema eben die Weiterentwicklung unserer Kundenplattform mit dieser Technologie, sag ich mal. Ja, okay, genau, da wären wir schon quasi bei der nächsten Frage. Oder sagt doch mal, seit wann macht ihr das oder wann hat NWB begonnen, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen oder intensiver zu beschäftigen? Ja, ich finde, das ist ganz interessant, weil wir halt intern auch diese Diskussion teilweise führen und wenn man halt mal, also wir sind eigentlich wieder auch bei dem Begriff von KI, also wenn man jetzt sich mal anguckt, was alles so unter KI auch fällt und was jetzt noch zusätzlich vielleicht auch darunter fällt, dann kann man auf jeden Fall sagen, dass das, was man vielleicht so im klassischen Sinne versteht, aber auch schon komplexere Aspekte, dass das seitdem es eigentlich die Online-Datenbank gibt von NWB, die wurde damals, das ist lang vor meiner Zeit. 2012, also irgendwie schon Ewigkeiten her. Es gab quasi irgendwie eine Version 2003, die erste, dann wurde das 2009 nochmal richtig groß gemacht und da war NWB auch echt einfach vorne mit dabei und vor allem waren vorab schon halt Systeme drin, Vernetzungssysteme, die halt automatisiert letztlich Content zueinander gebracht haben, beispielsweise ohne dass man menschlich dort eingreifen musste. Damals noch auf DVD, ich erinnere mich. Ja, und das war dann so der Sprung und dann halt eigentlich mit dem ganzen Internet, den Internetentwicklung dann halt rein online. Das ist auch das, was ich weiß, ich kenne aber halt diese Systeme jetzt und wo wir sie nutzen, wo wir sie weiterentwickelt haben. Und also das ist das, wo KI halt, das ist als KI zu bezeichnen. Und was wir natürlich jetzt in den letzten Jahren halt einfach viel erkennen, ist halt dieses Thema im Language-Bereich, generative KI jetzt mit JGBT groß eingeschlagen, Large Language Models. Und da ist es halt so, dass wir da natürlich auch jetzt im Kontext der Entwicklung da dran sind, da auch mit entwickeln, auch relativ früh eingestiegen sind im Kontext der Entwicklung, einfach zu schauen, was können wir machen, was machen wir, vorzuteilt haben, versucht haben, damit irgendwie umzugehen. Aber natürlich auch, habe ich eingangs ein bisschen bei dem Content angesprochen, einen hohen Anspruch einfach natürlich haben an die Verlässlichkeit am Ende und aktuell sind wir halt da dran jetzt, diese Technologie. Das hat ja jetzt bestimmt auch ganz kurz wahrscheinlich auch damit zu tun, dass KI so in den letzten Monaten eigentlich, kann man ja fast sagen, oder letzten anderthalb Jahre so ein großes Thema generell geworden ist, dass NWB da jetzt noch so viel tiefer mit eingestiegen ist. Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil das halt verschiedenste Ebenen halt dann betrifft. Also ich habe es gerade gesagt, für das Unternehmen selbst, dann hat das einfach eine große Welle geschlagen, sag ich mal, wo man einfach auch darüber spricht und worauf auch der Mehrwert irgendwie offensichtlich ist und gleichzeitig setzt das halt klassisch an an unseren Entwicklungen, die wir so Kundenplattformseitig eben machen, wo wir am Ball sind, am Ball bleiben und da genau ansetzen jetzt an dem, was sich für Möglichkeiten ergeben. Ja, okay. Also Kundenplattformen hast du gesagt, aber kannst du nochmal einen Ausblick geben, was ist noch geplant oder gibt es da noch mehrere Dinge, die in der Pipeline sind, KI betreffend? Also das ist so, dass wir quasi, also dass die Use Cases, die wir da haben, die sind halt vielfältig. Da können wir auch nochmal ins Detail gehen. Was wir jetzt halt einfach konkret tun in dem Kundenplattformen ist, dass wir, und da bin ich jetzt auch relativ früh eigentlich in der Kommunikation, dass wir einen KI-Recherche-Assistenten gerade entwickeln und mit dem dann vorhaben, live zu gehen. Das ist das, was wir gerade konkret tun. Spannend. Klassische und nicht klassische KI, du hast vorhin schon mal den Begriff klassisch benutzt. Was ist denn so der Unterschied, im Vorgespräch hattest du das so kurz erwähnt, was ist der Unterschied zwischen klassischer und nicht klassischer KI und hast du dafür vielleicht auch noch jeweils Beispiele von NBB? Also ich finde das halt erstmal wichtig, oder ich habe das auch gerade gesagt, dieser Begriff klassische KI, man braucht den so, man hat jetzt diese Entwicklung der letzten Zeit. Ich finde das ganz wichtig, wenn man halt damit hantiert, wenn man da Fälle hat, Use Cases und die eben umsetzt, dass man so ein bisschen vielleicht auch so eine Differenzierung hat. Ich persönlich bin ja, ich bin kein ITler, ich bin erst recht kein irgendwie AI-Wissenschaftler. Was ich halt, aber für mich, das habe ich gerade so ein bisschen am Anfang mit den Entwicklungen skizziert, die auch schon vor vielen Jahren eigentlich da waren, differenziert das immer so ein bisschen in klassischer KI und das vielleicht was nicht so klassischer KI ist. Und was so der Unterschied ist, ist, dass man eigentlich bei dem ersten Fall, man hat Kontrolle über das Modell und über die Daten. Man kann Einfluss darauf nehmen, man definiert das letztlich vor, vereinfacht gesagt. Und was wir halt, so ein einfaches Beispiel aus der Praxis jetzt sehr einfach ist, wenn ich irgendwie in einer Hotline bin oder wenn ich irgendwie ein FAQ-System habe auf einer Webseite, dann werde ich da ja quasi durch, ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, denkt man vielleicht nicht direkt an KI, aber am Ende hat man so ein menschenähnliches… Drücken Sie die zwei. Ja, fast ja, drücken Sie die zwei. Aber was ich damit veranschaulichen will, ist, da finden halt Differenzierungen statt, im Sinne von, bin ich Kunde, bin ich nicht Kunde? Habe ich irgendwie eine Kundenanforderung? Habe ich ein Problem und so weiter? Und das kann man halt viel, viel komplexer denken, ist aber insofern quasi vordefiniert. Und was in diesem Fall dann quasi übereinkommt, ist, dass man das einmal abstrakt vordefiniert hat, dass man aber zum Beispiel mit einer Menge in Daten, und da komme ich zum Beispiel auf dieses Thema Vernetzungslogik in unserer Datenbank, dass man dann halt auf einmal quasi keinen Menscheneinsatz hat mehr im Hintergrund und dass man halt quasi insofern intelligente Systeme, die man auch vielleicht generieren kann und so weiter live in einer bestimmten Anwendung, einfach schafft. Und das schafft letztlich die Technik dann abstrahiert selbst, aber im Hintergrund wirken quasi noch, sagen wir mal, beherrschbare Algorithmen und Logiken. Und das ist halt, das setzen wir quasi, das habe ich ja auch gerade schon gesagt, das setzen wir quasi, das setzen wir halt quasi in diesen Technologien an und Vernetzung. Und was halt so ein, das hatten wir auch gerade im Vorgespräch kurz, was dieses Thema, das im Juristischen quasi nochmal so ein bisschen runterzubrechen, das haben wir jetzt quasi mit so Entscheidungstools mal gemacht. Textnavi ist ein Produkt von uns. Und da hast du quasi wie so Entscheidungsbäume, die im Hintergrund wirken. Das ist das noch echt komplex dann, also das sind sogenannte No-Code-Lösungen. Und da definierst du quasi dann entsprechende Entscheidungswege, Ja-Nein-Fragen, Auswahlmöglichkeiten, auch bestimmte Rechenschritte und kommst quasi zu juristischen, steuerlichen von Fragestellungen zu Ergebnissen. Und das ist eigentlich ein klassisches KI, ein klassischer KI, die halt in der Anwendung dann sehr interaktiv quasi sich darstellt und wirkt. Genau, so klassische KI. Und mal konkret jetzt auf NBB bezogen, wer ist denn bei NBB mit diesem Thema KI so betraut? Also gibt es da ein eigenes Team oder arbeiten jetzt auch aus verschiedenen Abteilungen einzelne Mitarbeiter mit? Wie hat sich das vielleicht auch entwickelt über die Zeit? Wie groß ist das geworden? Was kann man dazu sagen? Also man muss halt sagen, jetzt alles, was ich jetzt quasi irgendwie in dieses ganze Thema nicht klassische KI, also das, was jetzt Deep Learning, Machine Learning hinkommt, wo auch letztlich die Large Language Models drauf basieren und was dann Natural Language Processing oder KI ist. Das, was wir jetzt, wenn ich gerade von unserem Rechercheassistenten gesprochen habe, da arbeiten wir jetzt quasi wirklich, ich sage mal ein Paradebeispiel, interdisziplinär, weil das auch wirklich komplex wird, also von der Technologie über das Produkt und so weiter, dass wir da ein Projektteam haben, interdisziplinär und dann arbeiten da Redakteure und Redakteure zusammen, Produktmanager, Kundenmanager, IT-Schnittstelle natürlich wesentlich. Heute, dann haben wir Personen, die quasi dann auch das, was man immer unter Prompt Engineering jetzt quasi hört, da sitzt quasi mit drinstecken, Data Scientist, Scrum Master. Das hört sich jetzt alles quasi relativ hochtrabend an. Ich finde das immer, wenn ich so diese Begriffe quasi nenne. Am Ende geht es halt irgendwie darum, und das ist bei NBB dann auch so, dass wir halt da was auf die Straße kriegen und dass das komplex ist und dass wir das deswegen quasi mit völlig verschiedenen Kompetenzen irgendwie nur bewerkstelligen können. Und genau, und das ist aber auch was, was ich jetzt auch übertragen würde, wenn du nach NBB fragst. Ich meine, kann ich euch ja auch direkt quasi zurückfragen. Also das ist schon was, wo NBB irgendwie versteht, jetzt so ein kleiner Werbeblock quasi agil zu arbeiten, übergreifend und auch so den Anspruch zu haben, sich weiterzuentwickeln und eben, ja, Produkte, Plattformen. Was mir dann auch gerade so einfällt, wenn ich prompte und wenn ich jetzt mich mit ChatGBT beschäftige, dann ist immer ganz wichtig, wie prompte ich das und was gebe ich da jetzt genau ein? Müssen sich unsere Kunden dann, wenn sie später in der Datenbank sind, denn diese Gedanken auch machen? Oder nehmen wir da im Hintergrund schon ein bisschen Arbeit vorweg und eigentlich müssten unsere Kunden gar nicht unbedingt wissen, dass da immer eine KI ist, die sie besonders adressieren müssen, sondern das passiert automatisch? Das ist eine ganz spannende Frage quasi und das ist auch so, dass wir, wahrscheinlich ist es irgendwie ein Mittelweg. Es ist halt so, dass wir den Anspruch haben quasi so wenig wie, es ist so einfach wie möglich, den Nutzer zu machen. Gleichzeitig bewegen wir uns in einem komplexen Terrain und wir haben gleich, also ich meine jetzt rein fachlich, und wir haben halt quasi das Thema dieser Technologie, nämlich erstmal eines Language Models, was halt übers Prompten funktioniert. Es gibt ein paar Aspekte quasi, dass man technologisch gar nicht auf ein Language Model setzen muss. Da komme ich, würde ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen gerne. Und da, wo man drauf setzt, ist das eigentlich so eine Kombination. Also man muss quasi, man hat so Grundlagen-Prompts quasi, mit denen man das Language Model anspricht, um auch das Richtige, sag ich mal, rauszukitzeln, mit auch all den Fallstrecken, die es gibt. Und dann gibt es natürlich auch das Thema, wo Schwieriges eingegeben wird. Ich formuliere das jetzt mal politisch korrekt, kommt da auf Schwieriges raus. Genau, also die Eingabe hat einen wesentlichen Faktor. Hat auch wieder was mit dem Use Case zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gib hier dein Sachverhalt ein, zwei Seiten, ist halt was anderes, als wenn ich sage, stell mal Fragen. Okay, ja, sehr spannend. Und dann versuche ich das zu beantworten. Genau, meine vorletzte Frage ist damit eigentlich auch schon ganz gut beantwortet, woran ihr jetzt genau arbeitet, hast du jetzt ja gerade erzählt, an diesem Rechercheassistenten. Kannst du noch ein bisschen was zu den Use Cases erzählen, was für Use Cases das sein können oder sein werden? Wir haben halt echt viel im Kopf und konzentrieren uns jetzt auch auf was Konkretes. Ich glaube, was wir beherrschen müssen jetzt in der Zukunft und jetzt auch in der kurzfristigen Zukunft ist, dass unsere Nutzer erwarten werden, auch für die Entwicklung mit der GBT, ist, dass sie natürlich sprachlich Eingaben machen können, dass wir die technisch verstehen, dass sie auch Rückfragen stellen können, dass sie auch im Kontext vielleicht, in dem sie sich bewegen, wieder Inhalte angezeigt zu bekommen. Und im Endeffekt ist das ja dann letztlich das Ziel eines Steuerberaters, einer Steuerberatung, so will ich es übersetzen, gut zu recherchieren erst mit dem Ausgangspunkt, aber dann auch relativ zügig und auch effizient irgendwie Mandantenfragen zu beantworten und auch vielleicht komplexere Sachverhalte zu lösen. Und wo wir jetzt quasi ansetzen aus MWB-Sicht, wir gehen halt quasi schrittweise vor, wir wollen quasi diese Anforderungen umsetzen, in Technologie bringen, in unsere Plattform bringen, natürlich sprachliche Antworten, Fragen, Eingaben quasi erstmal verstehen, passende Textinhalte bereitstellen, Antworten auch generieren, Rückfragen zu ermöglichen und auch, das halten wir auch für wesentlich, an den richtigen Stellen halt Filtermöglichkeiten, Individualisierungsmöglichkeiten quasi zu machen. Und das auch über die Plattform halt, also hinweg, aber das ist jetzt nicht, dass wir aktuell jetzt in Kürze planen, in Schnittstellenbereiche reinzugehen, aber jetzt erstmal halt eine Datenbanklösung quasi bieten an der Stelle. Die ganze Technik interessiert den Kunden ja vermutlich eh nicht. Er will was eingeben, wie immer, und er möchte ein optimal perfektes Ergebnis bekommen. Das sind ja im Prinzip, sind das ja alles, auch das, was du eben beschrieben hast, sind ja KI-Assistenten. Ich kenne das so ein bisschen aus der Fotobearbeitung bei Adobe Photoshop, da kannst du ein Bild von dir hochladen und da fehlt dir rechts und links noch ein bisschen was und dann errechnet er dir quasi Gegend, die gar nicht da ist. Du kannst das Bild vergrößern und die KI errechnet dir das Bild weiter. Es gibt KI-Tools, die ich jetzt beim Podcast schneiden nutze, wir haben manchmal wirklich schlechte Tonspuren und wir können die durchjagen und daraus wird dann KI-gestützt eine richtige Studioqualität. Das sind ja so die klassischen KI-Assistenten. Das, was wir jetzt planen, ist das auch ein solcher KI-Assistent? Es ist ein KI-Assistent, ja, und er fokussiert sich auf den Recherche-Use-Case, sag ich mal, und aber eben auch darauf dann Antworten zu generieren und Rückfragen quasi auch zu ermöglichen. Es ist natürlich, wir sind halt erstens im Textbereich unterwegs, das Beispiel, was du jetzt genannt hast quasi, ist bei uns oft Texte anwendet und wir sind halt im Fachbereich unterwegs. Das heißt, unser absoluter Kern ist, dass wir die Fachquellen im Vordergrund haben und dass wir verlässliche Inhalte halt quasi mit reinspielen, aber nicht nur mit reinspielen, sondern auch wirklich in den Vordergrund stellen. Das ist auch ein bisschen was, wo wir besonders vielleicht den Fokus drauf legen, wenn man sich so ein bisschen den Markt anguckt. Das sind ja auch wahnsinnige Mengen an Texten. Wenn ich überlege, was wir an Fachaufsätzen allein in unserer Datenbank haben, die aktuelle Rechtsprechung, da dann auch wirklich ein korrektes Ergebnis herauszubekommen, ist ja schon wirklich anspruchsvoll, denn ich bekomme immer wieder mit. Es gibt ja auch schon Tools am Markt, die auch schon dort verkauft werden für Geld, die aber dann halluzinieren. Und da ist jetzt mal die Frage, wie gehen wir denn mit dem Thema Halluzinieren um? Das ist ja so das Schlimmstmögliche, was man sich vorstellen kann. Unser Kunde nutzt die NBB-Datenbank und gibt etwas ein und das Ergebnis, was rauskommt, ist nicht korrekt. Wie können wir denn sicherstellen, dass ich als Steuerberaterin oder als Steuerberater auch wirklich ein korrektes Ergebnis habe und das vielleicht auch nachvollziehbar ist? Das Ergebnis ist geschätzt. Ja, genau. Mittelwert. Ja, so ein bisschen, ich finde das, wenn wir ein bisschen Zeit haben, ich würde auf das Halluzinieren quasi auch nochmal so zu sprechen kommen, weil das quasi, es ist in den Modellen etwas angelegt und man kann, glaube ich, auch Dinge tun, um Mehrwert zu verbessern, aber auch so zu engineeren, dass der Use Case stimmt und so weiter. Weil beim Halluzinieren ist das ja quasi so, dass, wie du es eigentlich gerade gesagt hast, das System hat erstmal eine Masse an Daten, dass die Language Models, die wir jetzt am Markt haben, die auch nutzt, die man nutzt, die nutzt man einfach, jeder nutzt die, in Anführungsstrichen, auch wenn man sagt, man hat ein, man macht da ein eigenes Language Models, jeder nutzt diese großen Language Models. Es gibt verschiedene ChatGBTs, das ist die Technologie, sag ich mal. Und am Ende jetzt geht es ja immer darum, dass sie quasi irgendwie eine Eingabe mit Worten, mit Sätzen und so weiter geht rein und dann wird das quasi statistisch vereinfacht gesagt quasi zusammengebracht mit bestimmten Inhalten als Antwort generiert und es geht immer darum, so das nächste Wort quasi zu erahnen. Das ist so ein Thema. Und dann kommt diese Masse der Daten dazu und dann kommt auch noch hinzu quasi, dass diese Language Models nicht irgendwie speziell trainiert worden sind oder so, sondern die wurden einfach mal aufs Weltwissen quasi losgelassen. Wenn man sich so eine Wolke vorstellt, hast du quasi irgendwie, du hast da verschiedenste Themenbereiche, du hast dann da irgendwie Wissenschaft, wenn man es mal groß schaffen will, du hast Sport, du hast Kultur, du hast auch eben Recht, noch Steuerrecht speziell, aber erstmal dieses Language Models, all das. Und dass da halt das Potenzial drinsteckt quasi plus diese Technologie, also dieses quasi sie vorausschauende irgendwie erahnen, und was als nächstes Wort kommt, ist das halt angelegt. Und dann können halt jetzt theoretisch so Fälle eintreten, das ist jetzt kein wahrscheinlich mehr realpraktisches Beispiel, aber wenn ich jetzt irgendwie frage, wie heißen die Hunde von Joe Biden und der sagt, das Längelstum sagt Susi und Strolch, dann sagt es das ja quasi aus irgendeiner Überzeugung, weil es diese Hundepaare irgendwie zusammengebracht hat. Und so, finde ich, kann man sich das klassisch jetzt vorstellen, das ist kein klassischer LGBT-Fall mehr, aber es ist schon einer, der im System angelegt ist und eigentlich streng genommen erstmal nicht zu hinkend ein Bug sein muss. Und dann kommen wir auch wieder auf das Thema komplexere KI. Es ist halt auch dann nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehbar. Also bei Susi und Strolch, da ist es ja nachvollziehbar, weil das auch ein relativ einfaches Beispiel ist, aber im komplexen Steuerrecht, da merke ich als derjenige, der es liest, ja möglicherweise gar nicht, dass es nicht stimmt. Wie können wir denn sicherstellen, wenn wir das Ganze ausgeben, dass trotzdem für unsere Kunden eine gewisse Sicherheit da ist, dass sie das vielleicht nochmal nachprüfen, aber das kann man zurückverfolgen, wo es her ist? Oder wie machen wir das? Genau, also diese Anforderung kommt ja eigentlich daher, weil es technologisch einfach auch Fallstricke gibt, die sind angelegt und weil die Nutzer, wie du sagst, unsere Fachnutzer quasi den hohen Anspruch haben, haben müssen quasi an das, was wir dann da generieren. Steuerberaterhaftung, das ist ja so ein Thema. Die NBB-Datenbank hat es gesagt, es dann reicht nicht als Argumente aus. Da kommt halt die Anforderung her. Ich glaube halt, also wir sind irgendwie gut beraten, wenn wir halt, wenn wir erstens erstmal irgendwie ein realistisches und transparentes Versprechen abgeben, was wir da halt leisten können. Dass wir quasi auch technologisch nicht alleine die Large Language Model Technologie nutzen, sondern es gibt halt eben Möglichkeiten, durch Technologie am Rande, sag ich mal, quasi tolle Mehrwerte zu erzeugen, so kann ich es formulieren. Und drittens quasi auch, dass man den Fokus, und das hast du eigentlich gerade eingestellt, einfach auf die Fachquelle legt. Und da sind wir halt so, wenn ich das jetzt so sehen würde, wir machen schon den Kunden auch zu Mitstreitern, das ist so ein bisschen angelegt, das ist das Thema Transparenz zu schaffen. Und wir versprechen halt jetzt im ersten Schritt, dass komplexe Eingaben verstanden werden, Fragen verstanden werden. Wir versprechen jetzt nicht, dass man da den Sachverhalt hinlegt von vier, fünf Seiten und dann wird da die Antwort, die Lösung ausgespuckt. Aber alleine quasi die Frage, das zusammenbringt zu den Inhalten. Zu verstehen. Und dann quasi Antworten zu liefern, ist ja schon ein Quantensprung, muss man sagen, wenn er verlässlich funktioniert. Und technologisch haben wir quasi eben nicht nur LLMs, für uns ist eigentlich das LLM und die Antwortgenerierung schon fast nur noch so eine optionale Zusatzkomponente. LLM, Large Language, ich muss gerade kurz für mich übersetzen. Genau, also quasi dieses, wir haben ja Fachinhalte, die sind unangetastet in der Datenbank, das sind unsere wertigen Autoreninhalte und so weiter. Und dass wir quasi überhaupt erstmal, wenn eine Eingabe gemacht wird, dass quasi diese Inhalte sehr passgenau, absatzgenau dargestellt werden, ist ja das eine. Und dann ist das Thema, das nochmal zu generieren und zu verändern, ist ja nochmal was anderes, auch mehrwertig, aber auch immer wieder Anspruchspolvers halluzinieren, was wir angesprochen haben. Okay, also letzten Endes wird für den Kunden das Erfolgserlebnis beim Suchen größer, weil er besser und schneller direkt dorthin kommt, wohin möchte und letztlich ist es ja auch eine Frage der Effizienz. Ich kann effizienter und schneller recherchieren. Absolut, genau das ist unser Kernmehrwert und wir stellen halt die unangetastete Fachquelle quasi im Vordergrund, so würde ich das sagen. Aber halt nicht nur, also es geht dann weiter. Ich kann auch Antworten mehr generieren lassen, und so ist das zumindest, wie wir das jetzt aktuell konzipieren, genau. Das heißt, ich sehe im Prinzip meine Antworten, die dann auf den Quellen in der Datenbank basieren und dann habe ich die Möglichkeit, mir auf Basis dieser Antworten nochmal etwas Künstliches generieren zu lassen. Und dann hast du aber auch die Wechselwirkungen, also genau, das ist das eine, und du hast halt auch immer die Quellen dabei. Du weißt immer, wo es genau herkommt, kannst vertiefend reingehen und so weiter. Ja, das klingt spannend. Und das ist halt der, einfach, wenn man sich mal vorstellt, die Eingabeseite jetzt, also bei aller Halluzination, dass man nicht schlagwortbasiert sucht, sondern eine Frage eingebt, und dann kommt erstmal was irgendwie passendes hoch. Alex, wie weit sind wir denn? Wann können unsere Kunden mehr mit einem KI-basierten Assistenten rechnen? Werde ich regelmäßig auch zurecht gefragt? Ich beantworte das jetzt. Wir sind ja unter uns, hier kannst du ruhig ganz offen sprechen. Jetzt kommt der Podcast klar und locken wir das. Es wird keiner zu. Schon bald wird das so sein. Und wir werden jetzt auch in Kürze quasi Informationen geben. Erstmal quasi, das ist das eine. Was mir halt immer wichtig ist zu betonen, wir sind da echt mit Hochdruck dran, weil wir einfach sehen, wie mehrwertig das ist und wo das auch an unseren Technologien ansetzt. Wir wollen uns aber halt auch die Zeit nehmen, die wir glauben, die es halt braucht, um das so zu ingenieren. Das ist dann unsere Zielgruppe, Stichwort Verlässlichkeit. Genau. Wir sehen ja, dass es am Markt ganz viele Tools schon gibt. Da kommt der Wettbewerber, ich glaube, jetzt gerade ist Beck auch wieder mit einem solchen Tool heute rausgekommen. Für uns ist halt wichtig, dass wir das, was wir machen, gut machen, vernünftig machen und das vor allen Dingen dann für unsere Kunden die Verlässlichkeit nach wie vor gegeben ist und sie nicht Rätsel raten müssen, ob das jetzt echte Inhalte sind oder ob das ein passendes Ergebnis ist. Absolut. Genau. Absolut. Und ich meine, man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, die Kunden mitzunehmen ist, glaube ich, auch halt wichtig. Und das tun wir und das werden wir immer weiter tun. und auch einfach auch transparent zu machen, dass es eine anspruchsvolle Technologie ist. Aber ich glaube, man kann kluge Einstellungen vornehmen, dass man da echte Mehrwerte generiert. Okay. Da sind wir dran. Das heißt, wir lassen unsere Kunden zum Teil auch mittesten. Dann gibt es einen Pool an Beta-Testern. Bei Apple sind es dann Beta-Tester, die können dann sich das anschauen. Genau. Wir haben da so verschiedene Stufen quasi. Wir haben halt auch Friendly-Tester oder Personen, die halt sehr eng auch vielleicht mit uns zusammenarbeiten aus der Zielgruppe. Und das wird dann eben auch sein, quasi das auszuweiten und bis dann in eine Anwendung. Da bekommen wir wahrscheinlich jetzt ganz viele Anfragen von Leuten, die Beta-Tester werden möchten. Sehr spannend. Ja, also wir sind jetzt aktuell noch nicht in dieser Phase. Ja. Aber das wird kommen. Das ist klar. Das muss sein. Und das wird sein. Und das ist genau der richtige Weg. Cool. Freuen wir uns auf die schöne neue Welt. Ja. Jetzt muss ich mal den Skript gucken. Also ich bin jetzt durch quasi. Habt ihr noch was auf den Zetteln? Oder sonst hatten wir, glaube ich, noch Inhalte für die Shownotes voranziehen? Genau. Und zwar, darauf hatten wir in dem letzten Podcast auch schon verwiesen, am 4.9. und am 22.11. 2024 finden jeweils wieder Online-Seminare statt zu dem passenden Thema, nämlich ChatGPT, MS Co-Pilot und weitere KI-Anwendungen in der Steuerberatung. So gelingt der konkrete Einsatz unter Berücksichtigung der Risiken. Und der Referent ist Melchior Neumann, den man ja auch aus dem Podcast... Ach, den kennen wir doch. Einer Bekannter. Genau. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ja, genau. Sehr cool. Alles klar. Ja, dann wären wir, glaube ich, durch. Alex, hast du noch was? Oder letzte Worte? Sonst wären wir... Muss ich noch? Nein, nein, ich will nichts Innerliches mehr sagen. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Und wir sind dran. Ja, sehr gut. Ja, ebenso. Hat Spaß gemacht. Ja, dann bedanken wir uns auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Likes bei YouTube oder ein paar Sterne im Podcastplayer oder wo immer ihr uns auch hört oder schreibt uns auch einfach an steuerbar.nbb.de. Ja, wurde uns super freuen. Damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.